Und wieder herzlich willkommen im Adventskalender. Das Weihnachtsfest ist nun schon ganz nah. Ich kann mich erinnern, dass wir als Kinder bereits anfingen nervös zu werden. Also bei uns zu Hause jedenfalls war das so, man schlich bereits um das Wohnzimmer herum und das war auch schon Tabu, war fest verschlossen, durfte nicht mehr betreten werden. Das Geheimnis der Weihnacht steht unmittelbar bevor. Gott kommt an in unserer Welt. Dieser Gedanke kommt in einem wunderbaren Lied zum Ausdruck, das wir gleich singen werden. Es kommt ein Schiff geladen. Gotteslob Nummer 236. Es ist wieder die bildreiche Sprache des Mittelalters, die uns zum Geheimnis der Weihnacht führt. In ruhiger Fahrt nähert sich ein Schiff, die Gottesmutter Maria, dem Hafen unserer Welt. Beladen mit einer kostbaren Last, Jesus, dem Sohne Gottes. Das Segel ist die Liebe, der Heilige Geist, der Mast. Wir singen die ersten drei Strophen. Die vierte dürfen wir erst morgen Abend singen. Es kommt ein Schiff geladen bis an sein höchsten Bord. Trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters Ewigs Wort. Das Schiff geht still im Triebe. Es trägt ein teure Last. Das Segel ist die Liebe, der Heilige Geist, der Mast. der Ankerhaft auf Erden. Da ist das Schiff am Land. Das Wort will Fleisch uns werden. Der Sohn ist uns gesandt.